Hallo, herzlich willkommen zurück zu Darsden Elizen Tales. Wir sind hier... Ich weiß gerade gar nicht genau, wo wir sind. Ich glaube, wir sind im Wartiswald oder irgendwie sowas. Und wir kämpfen uns jetzt einfach mal weiter. Ich möchte... Ich bin neugierig. Ich möchte heute wirklich jetzt wissen, wo es weitergeht. Es sind mittlerweile schon so viele Stellen, wo wir irgendwas noch holen können, wenn wir zurückreisen. Und das ist... Ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich kann mich da echt überall noch dran erinnern. Aber das wird sich zeigen. Ich hätte halt auch gern diese große, geile Rüstung geschmiedet da. Aber ich glaube, da hat mir noch was gefehlt. Deswegen machen wir uns jetzt einfach auf den Weg. Ach, verdammt. Jedes Mal verkacke ich das. Ich verkacke das echt jedes Mal. Jetzt aber. Jawohl. Oh man, oh man. Hallo, wo ist denn der hin? Okay, gehen wir weiter. Oh man, oh man. Oh, der Sebenhinderkot ist ja hübsch. Au. Ich weiß. Gut. Wenn wir nicht kontern müssen, dann ist auch okay. Dann kontern wir halt nicht. 1.000-Kombos sah das jetzt aber auch noch nicht aus. Kommt mir denn bitte schon da unten hin? Ah ja. Ah ja. Das ist ja kein bisschen unfair. Alter, Finne. Ach ja, wer hätt's gedacht. Ach ja. Ich bin echt so dämlich manchmal. Mann ist das fies. Okay. Ich brauche unbedingt irgendwas zu essen. Okay, so weit, so gut. Halbe Lebensenergie muss reichen. Hallo Ladenmann. Hallo. Ich wollte nur mal schnell gucken, ob wir irgendwas haben, was wir dem anbieten können. Ähm. Ne, bis jetzt noch nicht. Ja. Ja, watch your back. Okay. Gehen wir weiter. Ist schon wieder sowas? Mann. 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 Ich brauch doch irgendwo noch Koboldhaut oder so. So, weiter geht's. Ich bin wirklich neugierig, was uns noch so erwartet. Ich bin schon wieder so ein Ding. Diese komischen Pilzbesen. Ah, das ist so geil. Puh. Ja, lol. Das war die schnelle Methode. So, wir gehen erstmal hier unten rein. Ah, ja. Okay, ein Speicherstand. Gut, gut. Da oben hab ich gerade etwas gesehen. Aber erstmal abwarten, vielleicht kommen wir da ja noch hin. Ja. Ja, ich hab's gewusst. Hä? Ja. Ja, gut. Den Schlüssel haben wir ja zumindest schon mal. Münzen, komm zu mir! Oha! Oha! Au. Naja! So. Das war viel zu schnell und viel zu weit. Okay, das ist jetzt der Boden. Mensch, das ging ja ab wie ein Zäpfchen, grad voll nach oben. Alter, Finde. Okay, damit kommen wir hier durch. Da ist eine Bombenfrucht. Ja, okay, gut. Probieren wir halt mal was aus. Ne, weil da oben war ja diese Mine, quasi. Und das sieht so aus wie die Rückseite der Mine, wo wir da bei der Schmiedin waren. Deswegen will ich das jetzt gerade mal ausprobieren, ob das funktioniert. Einfach mal stehen lassen, mal gucken, was passiert. Gar nichts. Schade. Hier war doch was mit dieser Hängebrücke. Mädchen, Hängebrücke und dann hochklettern oder so. Also wenn ich mich recht entsinne, ich kann mich natürlich auch täuschen. Ein Dorf? Au! Mann! Das nächste Mal töte ich ihn gleich. Jetzt bin ich echt verwirrt. Diese Kiste hier nehmen wir gleich mit. Eine warme Brezel. Oh, das ist ja lieb. Ich komme aus Oktoberfest. Irgendwas sagt mir, dass es hier in eine Sackgasse geht. Oh, nein. Oh, nein. Da will ich noch gar nicht hin. Ich weiß. Aber, alt Momentchen mal. Ich habe mich da gerade noch nicht schon wiederverguckt. Aha. Hier geht es nach oben. Notiz, die Klippe. Notiz, die Klippe. Wow. Das areal hier ist ja riesig. Ich weiß nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir da überall hin müssen. Ständig neue Wege. Ui. Ah. Komme ich denn da hoch? Habt ihr das gesehen? Da oben? Ah. Okay, ähm, wir machen mal hoch unsere Verteidigung, ja. Da ist wieder so ein kleiner Freund drin, oder? Ich habe ja nicht genug Schlüssel. Oh, ganz ehrlich, Mom, wie fies ist das denn eigentlich? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? So.